Was passiert jetzt? Das würde ich gerne wissen, wenn sie alle da sind. Okay, die schauen da rein, machen nichts sonst. Also gucken. Hier könnte ich später noch hoch. Da stehen solche Typen drin und drucken die ganze Zeit nur. Ist auch ganz cool. Okay, da ist irgendwas, auf jeden Fall. Kann ich den hier mitnehmen? Tatsächlich. Kann ich den da drüben? Okay. Ja, wenn das so ist, dann sag ich mir doch. Out. Ja, da muss ich nicht irgendwie an die Lampe dran. Wie erwartet. Jetzt erwartet man von mir, dass ich an das Rohr reingehe. Aber, aber mach es nicht einfach. Okay. Ach, jetzt erwartet man von mir, dass ich da reingehe, oder was? Was? Oder hier? Oder wo? Okay. Ist gut. Und nicht drin. Ach, und jetzt die Schale von oben rein. Was da wohl auch immer drin sein wird. Also, es sieht jetzt verdächtig nach dem Ende aus. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Oder, dass es noch weiter geht. Und die Frage ist immer noch, von was handelt dieses Spiel? Okay, mach ich es anders. Gehe ich aufs Dach. So. Genial. Drauf. Wenn du so willst, mach ich es auch so. Okay, hier geht es immer tiefer rein. Und da geht es ins Wasser. Was passiert jetzt, wenn ich da umstelle? Okay. Das geht aus. Kann ich irgendwas eröffnen? Okay. Wenn es so ist. Ne, das schaffe ich nicht. Ich denke, man muss... Achso, das muss tatsächlich an sein, wenn es so ist. Komm schon, 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 komm schon. Ah, zu spät. Ach so, dann ist es da. Na klar. Mal ausmachen. Warten, bis es aus ist, bis man nichts mehr hört. Oh Mann, es ist laut. Fällt mir gerade das auf. Wow, da sind meine Kleider weg. Muss man sich jetzt hier mitmachen. Hm. Keine Ahnung. Boah, das ist sicherlich irgend so ein ultra-egeliger Menschenknallen. Ich finde das zu eklig. Mann geil, jetzt kann ich das steuern. Boah, so geht es auch. Jetzt hauen die von mir ab. Und ich nicht... Nicht immer nur ich von denen. Boah, ne, kann ich einfach so. Jetzt will ich das Spiel eindeutig mal, dass ich in die andere Richtung gehe. Und ich habe das Spiel eindeutig mal, dass ich nichts mehr erbaut habe. Ich habe den Karte hier schön, der nichts bringt. Oh! 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 Ist das richtig, dass ich in diese Richtung gehe? Okay. Ist zwar widerlich, aber cool. Okay, muss ich jetzt vermutlich wieder nach rechts. Ich kann aber nicht mehr springen, ist das Problem. Also gehe ich doch nochmal nach links. Mal sehen, was da ist. Boah, okay. Der Lavral ist kaputt. Okay, für ihre Treile. Und das so kann man es auch machen. Einfach durch als durch. Passt ja alles. Boah, jetzt ist er beplatt. Eigentlich warten soll ich vielleicht. Ah, kann ich da ziehen? Warte mal. Nee, sieht nicht so aus. Aber wenn ich ihn so schiebe... ...müsste dann nicht... Warte mal. Warte mal. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen zu... So, so, stopp, stopp. Ah, nicht so weit. Äh, muss ich es da irgendwie hochwerfen? Man, komm schon. Man, komm schon. Jetzt mit dem Hinten drauf, oder? Ich mach's so. Ich will dieses Ding nehmen. Hallo? Wir verhindern das Jungen jetzt. Okay. Okay. Das. Weißt du, wir? Das war's. geht doch was für egelig aber es geht also wenn man doch am boden er macht sogar noch auf ich habe Angst